Hallo Leute, willkommen zu Minecraft Story Mode. Wir werden heute Episode 4 spielen. Es ist noch nicht Episode 5 raus. Diese Episode 4 kam zwar schon am 22. Dezember vielleicht raus und jetzt ist schon Januar. Ich habe diese Episode 4 eigentlich schon gelivestreamt. Aber ich dachte mir, weil es so emotional ist, lade ich es jetzt trotzdem mal auf YouTube hoch. Und ich würde sagen, let's start Episode 4. In every block, there lies the potential to create, or destroy. Our friends have traveled far and wide, in search of the Order of the Stone. And a way to stop the Wither Storm for good. But even well-laid plans can go awry. The strong can grow weak. And beloved heroes can fall. The threat to this world, to its very existence, is far from over. So, hier waren wir stehen geblieben, bei dem Wither-Sturm. Wo bin ich? Was ist passiert? Was ist all das? Wo bin ich? Aber bedeutet, Details habe ich gehört. Jetzt, pop rein! Der Hermann gefunden wurde noch acontecido. Du bist du Petra? Der Het ist amen? Jetzt sind schon drei Monster, Alter. Unglaublich. Neue Köpfe hat's, glaube ich, oder? Oh Mann, ey. Das verrückte Teil. Oh. Sie werden getötet. Sorin? Ich kann nicht nachzudenken. Ich werde sie zu sterben. Sorin, was du machst? Die Endermen sind direkt in die Gefahr. Du setzt uns in die Gefahr jedes Sekunden, wenn du da bist. Jesse, sie sind hinterlassen. In Wahrheit, du musst schneller gehen. Er ist zu krank. Das ist das Beste, was wir tun können. Sie werden ihn nicht auszudenken. Nicht auf dem Fuß. Wir müssen einen Weg finden, schneller gehen. Wir werden alle in den Traktoren befassen. Können wir ein Portal bauen? So, perfekt. Scheiße. Dann müssen wir das nächste Beste benutzen. Alle, aufhören! Okay. Ich hoffe, sie sind wenigstens schnell. stunned. Also, was wir? Ja, Jesse. Wir müssen das jetzt mal. Wir verwenden die Angst, und können wir einfach aufbauen. Ich werde Gabriel nehmen. Dann habe ich die Petra. Hold on, this might be a bumpy ride. Come on, horses! Whatever you do, don't look back. I looked. Everyone, follow me! Okay, the Creeper I'm not back. Oh! This is awesome! What the fuck? Damn, I have the wrong... Man, I have... E, S und F gedrückt. So, oh my god, hey. I'm just kidding. Okay, whatever you do, don't look back. Ah! Ah! I looked. Ah, man, what the fuck did he do? Everyone, follow me! So. Jesse, look! Oh! Oh, dang. Ah. Spider Jockey. Oh, an Hühner. Zombie. Zombie, der auf dem Huhn reitet, meine ich. Yes. Ah, ist schon weg. Okay. Ja, stell ab, Pferde. Mensch, Mensch, Mensch. Pferde sind zu lang. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Stürmt der einfach auf mir. Oh! Oh, dang. Das gibt's ja nicht. Wie bescheuert bin ich eigentlich? Das gibt's ja nicht. Okay. Okay. Das ist meine Fresse. Wie scheiße bin ich? Das kann nicht sein, hier. So. Okay. Okay. Streaming hab ich's doch auf im ersten Mal geschafft. Okay. Oh, dang. So. Oh, damn. Hat er uns den Weg umgeschneidt? So ein fieser Typ. Yeah. Zerblegen. Ich habe einen Endermen gesehen, den Witherstorm zu beurteilen. Endermen verliebt Blöcke. Das ist, was sie tun. Leute, komm an! Wir müssen einen neuen. Wie, jetzt. Komm an, schneller! Wir brauchen noch mehr Blöcke. Ich habe etwas. Ich war noch ein Zahn. Total überflüssig. Die Lamm ist eigentlich total überflüssig. Ah, ja. Wir haben was geschafft. Haben wir abgeschüttelt. Wie das aussieht. Ich weiß nicht, dass du nie so schaffst, wie sie gestartet hat. Ich spreche mit ihr. Hey, wie fühlst du dich? Ich fühle mich nicht wirklich so wie ich selbst. Ich kann trotzdem nicht glauben, dass du sogar noch lebendig bist. Hast du uns nicht kennenzulernen? Ich bin Axel. Das ist Olivia. Wir waren Freunde für eine sehr lange Zeit. Gib ihr ein bisschen Raum. Sie kann trotzdem rauskommen. Was ist, wenn sie sie wiederkommt? Jesse, das ist schrecklich. Du, Jesse. Du bist derjenige, der mich gescheitert hat. Sag mir, bitte. Was ist passiert? Bisschen recht aus wie ein Zub, ich muss nur sagen. Okay. Ich dachte, wir hätten nicht verloren. Was ist. Bis zum nächsten Mal. Wir haben alle gedacht, dass du... Du kennst. Ich dachte, ich war auch. Ich dachte, ich war auch. Alles, was ich weiß, ist... Ich war so Angst da. Ich dachte, ich war sicher, dass ich sterbe. Nein. Ich dachte, du bist nicht. Du hast es wieder lebendig gemacht. Das ist mehr, als ich für einige von uns sagen kann. Oh Mann. Eligard. Für einen Moment habe ich fast vergessen. Wir sprechen über Eligard. Wir sprechen über Eligard. Ist das überhaupt der Gabriel? Auch schmerzen oder was? Ich kann trotzdem nicht glauben, dass die alte Frau weg ist. Wie? Wie könnte das passieren? Lose nicht nur einen Freund, sondern einen Mitglied der Ordnung des Zubes. Leute, das war meine Schuld. Ich bin derjenige, der mit Eligards Armour nahe. Aber du hättest nicht wussten, was passieren würde. Sie ist richtig. Du bist nicht schuldig, Kind. Ich... Ich habe mich nie schuldig für nichts. Wahrscheinlich. Ah! Du bist emotional, das kommt uns nicht mehr. Was ich möchte wissen, ist, was da heute passiert ist. Warum ist das Ding immer noch nicht? Hm. Ich stelle nur kurz ein Schlückchen hier. Okay. Du warst derjenige, der in der Mitte von allem. Was ging falsch? Der in der Mitte von allem nicht. Der in der Mitte von allem nicht genug war. Ich meine, es hat den Widerstorm entfernt, aber es gab keine Schuld in dem Kommandblock. Also, der Kommandblock ist noch da drin? Natürlich ist es. Oh, großartig. Und jetzt, um die Dinge zu verhörigen, haben wir von einem Widerstorm, zwei, drei! Unser Plan war eine totale Verlust. Ich sollte das schuldige Ding in den Abiss. Hm. Aber ein neues Plan. Wir brauchen einen neuen Plan. Wir brauchen einen neuen Plan. Wir brauchen einen neuen Plan. Die Frage ist, was wir tun? Warum stimmst du mich? Am ich erwartet, dass ich alle letzte Dinge im Universum wissen? Ich brauche einen Moment, um zu denken. Was? Ist er immer so wie das? Du hast keine Ahnung. Das Jacket. Es sieht... familiar. Lukas hat immer diesen Jacket. Nein. Ich habe andere Leute verwendet ihn, als ich... von dem... 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 Hey, hey. Es ist okay. Jesse, wenn was Petra sagte, ist wahr... Ich meine... Du denkst? Ich dachte, für sicher, dass sie weg sind, aber... wenn sie einfach in der Widerstorm... Lukas, deine Freunde können immer noch da sein. Ich weiß. Und das bedeutet, ich... ich muss nach ihnen gehen. Sie brauchen mich, Jesse. Was ist denn, Gabriel? So. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Lukas, was guckst du denn? Was... was rätst du denn so? Was schaust du denn so? Nein. Schau? Ich glaube nicht. Lukas, was machst du? Ich habe dir gesagt, ich gehe nach meinen Freunden. Ich dachte, dass die anderen Ocelots sind dead. Aber wenn sie nicht, ich muss sie finden. Schau, ich bin dankbar für Sie, dass sie mich so weit entfernt. Aber ich kann sie nicht verlassen. Nicht mit drei Widerstorms. Sie brauchen dich. Sie sind richtig. Sie brauchen dich. Und die beste Weise, um ihnen zu helfen, ist, um uns zu helfen, das Monster zu haben. Das klingt richtig, aber es fühlt sich einfach nicht richtig, Jesse. Natürlich. Schau, Sie und ich haben heute noch ein ziemlich gutes Team gemacht. Ich würde uns sogar Freunde nennen. Ich hoffe, dass Sie verstehen, warum ich meine alten Freunde helfen muss. Sie machen es für mich. Gleiches, wie Sie zurückgehen können, für alle deiner Freunde. Ich frage dich, als Freund, bitte bleiben, Lukas. Wir brauchen dich jetzt. Du hast Lukas zum Bleiben überredet. Das ist doch mal was. So. Okay. So. Ruben, was sagst du? Hey, buddy. You doing okay? Ach. Süß wie ihr und ihr. Natürlich bist du. Ich wünschte, dass ich das gleiche für alle anderen sagen könnte. So ein süßer Junge. Gabriel, ne? Was geht dir? Gabriel ist der Gruppe. Jesse. Hallo. Hallo. Es ist mir. Wir können nicht lange bleiben. Ich weiß, dass du nicht gut fühlst, Gabriel. Aber wir können hier nicht lange bleiben. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. dass ich mich auf meine Beine und mich wieder auf die Hände auf den Hohen. Ich... 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 Warte raus. Ich... 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 Da war ähnlich. Ich... Ich... Ich weiß nicht. Die Gruppe... Sie.... Ich... Ich... ... ... Oh! Das Ordner wäre. Einer... Ja, wir haben alle Fehler gemacht, würde ich mir sagen. Wir haben alle Fehler gemacht, inkl. Ivor, oder? Du musst, um zu resten. Wird er okay sein? Ich weiß nicht. Geh zurück nach da und schau mal ein bisschen. Für die beiden uns. Petra, wie geht's dir? Erinnerst du Dinge noch? Ich... Ich weiß nicht. Diese kleinen Flasche kommen zurück zu mir, aber dann fliegen sie wieder weg. Wir haben versucht, sie zu sprechen, aber... Es ist so, dass sie uns nie kennenzulernen hat. Ich weiß, dass ich dich kennenzulernen habe. Bevor heute, meine ich. Ich meine einfach nicht, wie genau. Ich sehe immer noch eine dunkle Alley. Aber dann... Machen wir nicht die schlechten Erinnerungen. Du hast mich im Wald gerettet. Schauen wir das mal. über einen Riefer. Du hast total zu meinem Schutz in der Wurde gekommen. Schau? Ich erinnere mich als eine Spiegel. Ja, das ist richtig. Das ist es, mein Freund. Dann brauchst du mich für dich, oder? Hey, es hat mich für eine Überraschung. Ja, es funktioniert. Du erinnert Jesse. Erinnert mich auch? Es funktioniert, oder? Es funktioniert. Und zwar... Ich fühle mich, dass ich alle von euch weiß. Vielleicht ist das, wie ihr seht. Natürlich, ihr kennt uns. Wir sind die Ordnung des Pigs. Die Ordnung des Pigs? Warte. Wir haben alle das Wither-Thing zusammen? Ja. Wir haben es total gemacht. Sie erinnert es. Ich erinnere mich... zu einem Tempel in den Wurde. Und wir wären sicherlich da. Und... Und... Wie kam ich... in dieser Sache? Uh... Well... etwas schlechtes passiert da. Ich bin... Ich kann nicht erinnern. Es ist nicht wichtig, jetzt. Es ist vorbei. Du bist sicher. Du bist sicher. Ich war nur... Ich war nur... Ich war nur... Ich wollte mich daran erinnern. Das ist das Problem, dass du mit uns ist. Und dass du noch ein Krieger bist. Ich bin der beste, den ich weiß. Also, was sagst du? Willst du noch ein Teil unserer Gruppe sein? Alles klar. Ich kenne mich an. Die Ordnung des Pigs ist wieder zusammen. Ist wieder vereint. Ah! Ein Pigs? Was war das denn? Hey! Ruben! Was ist Ruben, Ruben, man? Ja. Ah. Du kennst den Ruben nicht mehr. Mensch, Mensch, Mensch. Na gut. Also, ich bin euch übrigens sehr, sehr dankbar, weil... Die anderen Episoden alle schon online sind bei Palais und die ganzen anderen YouTuber in Karlsflow. Und ihr wahrscheinlich die schon gesehen habt. Die... Episode... Also, ihr kennt die Episode wahrscheinlich schon und schaut jetzt trotzdem noch meine an. Also, dafür bin ich euch echt dankbar, dass alle dies gerade sehen. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr wirklich treue Abonnenten seid. Weil ihr... ... quasi... ... das Video nur schaut, weil ihr... ... es... ... wollt, wie ich das Spiel kommentiere. Weil ich das gefällt. Also, ihr habt noch keine Pistole gesehen. Also, diese Pistole noch nicht gesehen, die Fira... ... bei einem anderen YouTuber. Kann ich das natürlich verstehen. Ja, ja, Ruben. Bist schon ein kleiner Dabauke. Ah, ich will dich nicht verlieren. Ich will dich nicht verlieren. Ich will dich nicht verlieren. Du verstehst? Ja, ich weiß, du hast vorher schon verloren. Aber Dinge sind jetzt anders. Wir haben schon zu viele Leute verloren. Die Welt braucht uns. Die Welt braucht uns. Die Welt braucht uns, Ruben. So viel davon wurde bereits in Bedrock. Und es ist wichtig für uns, die Rest davon zu retten. Vielleicht ist das viel Druck für nur eine Person und eine Pistole. Aber wir müssen einen Weg finden. Das ist was ich gesagt. Es ist nicht... Es ist nicht so, wie du uns helfen hast. Es ist nicht über die Vergangenheit. Okay, schauen wir mal aus. Was machen wir jetzt? Vielleicht hier rüber. Oh, wird schon lauter. Das ist Ivor, oder? Oh, nicht Ivor. Oh, Mann. Warum bist du hier? Was machst du hier? Was machst du hier, Ivor? Willst du mich in eine andere room? Ich bin für meine Hilfe. Ha! Er hat uns folgt. Es ist nicht so. Du musst mich hören. Was du nicht verstehen, ist, dass du alle in sehr grave danger bist. Obviamente! Nein! Nein! Ich meine, speziell diese Gruppe! Ich meine, speziell diese Gruppe! Der Widersturm ist nicht einzigartig. Es folgt Gabriel! Gabriel! Gabriel?! Du siehst, ich... Ich habe es begonnen, um ihn zu folgen, um ihn zu folgen. Du meinst... Der Widersturm? Das ist ein Amulet. Ja, sorry. Das Amulet! Das ist ein Amulet! Das erklärt, warum die Widersturm uns folgt. Aber Gabriel nicht mit dir, wenn er Redstonien hat. Ich habe das Amulet, Ivor! Ich habe das alles! Was? Ich... Ich wusste nicht. Ah, Ivor, du schuldig! Du hast einen Monster geschaut, der folgt Jesse! Und es wird nur noch stärker! Du denkst, ich das nicht? Du hast auch gesagt, dass du dich nicht dafür schaffst. Ich habe dann etwas dafür emanetmet." Ich habe wieder aufgebracht, dass du dich versichert. Du bist nicht sicher! Wundersturm. Ja, aber du bist! Und du bist nur wieder... Osten, du bist! Du bist genau so. Ich habe die Einwandersturm'・・・ Wenn du dich mal gesehen hast, das ist das immer. Ich habe das governo gesehen. Aber wir haben deshalb gesehen, wir gesehen, ein paar Endermann in den Böck. Du bist der Widersturm. Und überraschend. Und Verwandersturm? So, enough of them, working together, might be able to destroy a Witherstorm entirely. It's a promising concept, at least in theory. If I'm seeing all the things correct, but to actually destroy a Witherstorm, we'd need hundreds of them. And it's probably more than enough of them, taking refuge in my fortress. Das stimmt wohl. And unintended side effect of you flooding the end. This is just like the old days, Soren. You and your crazy ideas. Hush, Ivor, for once! If you don't know, just hold the floor, right? Ivor. How to bring the Storms and the Endermen together. Endermen aren't pets. They don't follow orders. At least not for mere mortals. The firm is the key. The fortress is the key. If we can't bring the Endermen to the Witherstorms, We bring the Witherstorms to the Endermen. That's it! That's it! That's it! It's clear now that no weapon can destroy it. Not even a formidable bomb. Actually, I may have a solution to that. You see, when I first took possession of the command block, You mean stole it? Yes, well, I created a failsafe. A backup plan. Just in case. Well, I'd say just in case it's here. What kind of failsafe exactly? An enchanting book. One that contains the power of the command block itself. Ach, come on, Ivor. Hör doch auf. And you'll be able to smash the command block to bits. Forever. Yes. Yes, that's it. It could very well solve all our problems. What are we waiting for? Let's go get that book. Just one problem. It's at my secret lab, which is sort of far away. How far could it possibly be? Let's just say it's the farthest place a person can travel before being utterly... Oh, no. Oh, dear. What was that? How did it find us so quickly? We're not safe anywhere, aren't we? Well, we can't stand around and wait for it. So what do we do? I don't know. And we're going to be able to do it. Ivor says it's because of the amulet that Gabriel... Ivor! Es ist du! Schön, dich zu sehen, Magnus. Insofern, Ivor hat sich herausgestellt, dass Witherstorms auf die Amulette gebracht haben, also wir werden sie zurück in Sorens Fortress und zerstören die Kommand-Block mit einem Super-Wettbewerb. Du hast alles herausgestellt, gerade jetzt? Der Punkt ist, wir müssen uns weitergehen. Wir sind nicht sicher. Nicht so lange, als wir diesen Amulette haben. Ich nehme es. Du kannst nicht. Ich kann, und ich muss. Aber du kannst dich getötet werden. Axel, bist du sicher? Natürlich nicht. Aber du hast drei Witherstorms, die dich, woher du gehst. Wenn Dinge zu intensiv werden, werde ich in den Niederlern oder so. Ich bin immer wieder auf dem seltensten. Du gehst einfach das Super-Wettbewerb. Ich will dich wieder in Sorens Fortress treffen. Ich will mit Jesse gehen. Ich will mit dem Spiel gehen. Ich will mit dem Spiel gehen. Aber was wir tun mit Gabriel? Ich will mit Gabriel. Ich werde hier mit Gabriel. Du bist sicher? Ja! Für die Zeit. Ich will mit dem Zeitpunkt. Außerdem, ich gehe nicht mit Ivan. Ich gehe nicht mit Ivan. Mein Freund ist noch da draußen. Lüte. Du musst das machen. Für sie. Du musst das machen. Ich muss das machen. den redstone rap ich hasse es ich habe meine hände immer irgendwann anders wie der ruben draufholt zu cute für diese welt dann werde ich jetzt hier mal diese ganzen sang hier vorlesen in zusammenarbeit jetzt mit mooye mooyang wahrscheinlich äh stella bauen wir halt schnell schieren minecraft story mode mensch ruum süßeste schwein überhaupt eine telltime geschichte von brad kane und brian freiermuth freiermuth regie graham ross wild wild west also jetzt gehen wir wahrscheinlich zu den farlands künstlerische leitung mark hamer mark hamer koreo koreo grafie jason pike So, jetzt werden wir das Video gleich beenden. 30 Minuten, länger mache ich es nicht. Es werden dann, glaube ich, vier Parts werden es, glaube ich, von Episode 4. Können wir euch drauf freuen. Original Soundtrack an Adele, an Timo und Veles. Oh, Room schläft schon ein. Oh, süß. Wir müssen eigentlich da sein. Nein, nein, wir sind nicht so nah. Okay, Leute, das war's mit Episode 4. Wow, okay. So. Ja, ich denke mal, ich katze hier jetzt einfach mal. Das war's mit der ersten Folge von Episode 4. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten macht's gut. Haut rein. Und bis zur nächsten Folge von Episode 4. Haut rein. Ciao.